Du bist eine neue und junge Führungskraft und möchtest dich weiterentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig. Schau dir diesen Clip an und zeig uns deine Meinung dazu. Was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man das dann tatsächlich weiterführen möchte, ist, dass man immer auch offen sein muss für Feedback und in seinem Team durchaus auch nachfragen kann in Meetings, wo man denn das Meeting für alle besser machen kann. Also das ist ja wieder so ein allgemeines Führungsverständnis irgendwie. Ich möchte ja nicht, dass mir selber das Meeting am meisten Spaß macht, weil ich kann nur Witze erzählen und kann ewig lange Monologe führen, weil dann ist man wahrscheinlich nicht im richtigen Job gelandet als Führungskraft, sondern dann macht man halt irgendwie Stand-up oder Improv-Theater oder irgendwie sowas. Das heißt, es geht immer darum, wie bringe ich mein Team weiter. Wir haben ja einen Prozess, einen Arbeitsprozess. Wir haben ja Ziele, die wir erreichen wollen. Das heißt, der Marker, an dem ich sowas festmachen kann, ist dann mein Team. Dementsprechend macht das auch Sinn, würde ich sagen, die Menschen im Team zu befragen, so ja, wie kommunizieren wir deines Gefühls nach in diesem, weiß nicht, alle zwei wöchentlichen Schurfix. Kannst du deine Punkte anbringen? Wird genug quasi kommuniziert in der Gruppe? Beantworte ich genug Fragen? Leite ich genug an? Das sind ja sehr, sehr wichtige und spannende Dinge, die man aber tendenziell nur vom Team erfahren kann. Und wenn man das dann zusammensetzt mit den eigenen Überlegungen, die man sich gemacht hat, dann kann man da sehr schön das genau in seinem Werkzeugkoffer nehmen und sich damit sehr schön weiterentwickeln. Das ist ja sehr, sehr wichtig.